Das ist so krasses Gameplay gerade. Alter, habe ich gerade 5 Clits gemacht hier. Oh mein Gott, da ist nochmal 6. Das ist geil, wie du hier teilweise abgehen kannst. Wow, die Headshot. Wow, Adriano, ich werde noch ein Video dazu machen, was genau ich damit meine. Oh mein Gott, die B90 ist so eine geile Waffe. Oh, Two Bursts schmecken so hart. Oh. Ah. Ah. Oh. 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 Ja, Freunde, wir sind wieder zurück in X-Defiant. Ich weiß, aktuell viel Content zu dem Game, aber es ist erstens neu. Warzone, echt aktuell ein bisschen langweilig. Und die Beta geht ja auch nicht für immer von X-Defiant. Ist ja, wie gesagt, auch nur eine Closed-Beta. An der Stelle, wenn ihr das Game selbst spielen wollt, ihr braucht einen Code. Den bekommt ihr unter anderem, wenn ihr bei mir im Stream vorbeischaut. Da könnt ihr euch zusehen, allein schon einen Beta-Key verdienen. Gerne einfach mal den ersten Link in der Videobeschreibung abchecken. Und einen Follow-up-Twitch da lassen. Und ja, so kriegt ihr auf jeden Fall den Key. Wir wollen uns heute auf jeden Fall ein paar Klassen anschauen. Denn aktuell ist es so, das haben die geändert. Dadurch, dass es einen Bug gab und man Waffen nicht mehr leveln konnte, haben die einfach alles freigeschaltet. Das heißt, man kann jede Waffe spielen mit jedem Aufsatz. Und es gibt ja wieder ein Klassensystem mit Aufsätzen. Da kann man sich entscheiden, welcher Aufsatz ist gut, welcher ist nicht so gut, welche Waffe ist gut. Und damit ihr den perfekten Start in diesem Game habt, werde ich euch jetzt einfach mal meine Klassen, die meiner Meinung nach besten Waffen und sowas zeigen. Lasst gerne ein Like da, wenn euch der Content aktuell gefällt zum neuen Spiel X-Defined. Und wenn ihr noch mehr sehen wollt in Zukunft davon, lasst gerne ein Abo da. In diesem Sinne, wir sehen uns sofort im Game. Aber noch einmal ganz kurz Werbung davor. Bei meinem Partner Level Up gibt es jetzt die Gaming-Booster in Dosen. In diesen drei Geschmacksrichtungen. Einmal Shiny Dragon, Nuke und Galaxy. Die gibt es in 6-Packs ab 18 Uhr heute, wo ich das Video aufnehme. Also jetzt für euch schon zu kaufen und das Ganze mit einer 3-für-2-Aktion. Wenn ihr alle drei Geschmäcker probieren wollt, könnt ihr alle drei Sixer in den Warenkorb packen und am Ende der Bestellung Code STYLERS2 anwenden. Dann bekommt ihr einen Sixer umsonst. Also 3-für-2, jedes dritte Produkt ist quasi kostenlos. Gerne abchecken, kurz geht raus an Level Up. Wir sehen uns jetzt im Game. So, wir sind jetzt hier im Hauptmenü von X-Defined. Ganz kurz für die Leute, die meine Settings wissen wollen, auch Controller-Settings und so weiter und so fort. Und das habe ich schon in dem letzten Video gezeigt. Das heißt, glaube ich, alles, was ihr über X-Defined wissen müsst, da findet ihr auch meine Controller- und Grafik-Settings und so. Ich spiele nämlich mit dem Controller auf dem PC. Und ja, wir gucken uns das Ganze heute an. Wir schauen uns die besten Klassen an. Es gibt hier alles Mögliche. Die In-Game-Belohnung habe ich jetzt auf dem neuen Account, den ich mir freigespielt habe oder freigeschaltet habe, noch nicht alle. Es ist nämlich so, dass es einen Bug geben kann, wo auch eure Klassen nicht speichern. Ihr könnt das mal probieren, indem ihr eure Klassen umbenennt. Das hat bei mir funktioniert. Ich habe mir aber sogar extra einen neuen Account gemacht. Und dann hat beispielsweise, was ja jetzt eh egal ist, aber dann hat das Waffendevel auch wieder funktioniert. Irgendwie ist das ganz komisch. Es ist halt wirklich noch eine Beta. Aber es gibt extrem viele, extrem geile Waffen. Die M16 ist eine Börstwaffe. Es ist nicht so einfach, mit der zu spielen. Ich zeige euch aber trotzdem gleich mal eine Klasse zu der, die auf jeden Fall Spaß macht, wenn man damit reinkommt. Und generell kann ich euch empfehlen, gebt nicht sofort auf, übernehmt meine Settings von dem Video, was ich gemacht habe. Es dauert wirklich, vor allem wenn man von Call of Duty kommt, bis man bei dem Spiel ein bisschen drin ist. Das Aiming ist ganz anders, das Movement ist ganz anders. Es ist wirklich ein anderes Spiel vom Feeling her. Und es dauert einfach eine Weile, bis man da reinkommt. Es ist auch ein bisschen schwieriger zu spielen als Call of Duty. Aber mit der Zeit kommt man da rein. Und dann wird es euch extrem viel Spaß machen. Die M4 persönlich feiere ich nicht so sehr. Die AK, meiner Meinung nach die beste Waffe im Spiel. Die kracht so unfassbar hart rein. Die ACR, auch richtig stark. Weniger Rückstoß als die AK, also nochmal einfacher zu spielen. Dafür tötet die, glaube ich, ein bisschen langsamer. Die Vector auf Close, die stärkste Waffe im Game. Tötet unfassbar schnell. P90, richtig krasse Allrounder-SMG. MP7 ähnlich, aber ein bisschen schlechter als die P90. MP5 habe ich sehr wenig gespielt. Und ich sage es euch, wie es ist, den Rest habe ich kaum gespielt. Außer Tech 50 zeige ich euch auch noch eine Klasse. Aber nur zur Übersicht ganz kurz einfach mal, welche Waffen gut sind, welche nicht. Ich würde sagen, wir starten mit meiner AK-47 Klasse. Das ist hier die Klasse, ich nehme eigentlich immer den leichten Schalldämpfer mit, weil der hat keine Nachteile und ihr könnt auch immer unten rechts, es ist so gut und das wünsche ich mir so unbedingt für COD, einfach lesen, was diese Aufsätze bringen. Die Mündungsbremse bekommt oder gibt uns 7% horizontale Rückstoßkontrolle, also 7% bessere Rückstoßkontrolle, 7% weniger Rückstoßhorizontal. Und der leichte Schalldämpfer hält euch von der Minimap zu 50% entfernt. Ich weiß nicht genau, was das eigentlich heißt, das habe ich gar nicht überdacht die ganze Zeit. Aber ihr habt natürlich einen leiseren Gunssound, Leute hören euch nicht so laut und so, das ist schon sehr geil. Ihr könnt natürlich auch den richtigen Schalldämpfer spielen, damit verschwindet ihr dann wahrscheinlich komplett von der Map, schätze ich jetzt einfach mal. Aber ich habe meistens den leichten Schalldämpfer mit dabei. Lauf spiele ich keinen auf der AK. Vertikalen Rückstoß hat die AK ziemlich hohen, deshalb gleiche ich das ein bisschen aus mit dem vertikalen Griff, der hier 10% geringeren vertikalen Rückstoß hat. Dann habe ich ein Reflexvisier drauf. Das Holovisier ist allerdings auch sehr geil, könnt ihr auch gerne ausprobieren. Die anderen Visiere sind nicht so geil irgendwie. Ich habe das schnelle Magazin hier mit dabei. Damit ladet ihr extrem schnell nach. Und ihr habt nochmal 5 Schuss mehr im Magazin, was ich sehr cool finde. Ihr könnt auch das rasche Magazin mitnehmen. Ihr verliert dabei aber ein bisschen an Zielvisiergeschwindigkeit. Also hier Zieldauer. Und dann habe ich mir einfach gedacht, nee, komm, ich nehme einfach das normale schnelle Magazin. Das lehnt schnell genug nach. Und dann noch den Leichten schafft für mehr Gehgeschwindigkeit beim Movement, dass ihr besser hin und her strafen könnt, was in dem Game richtig, richtig stark ist. Es ist dann schwerer mit dem Aim, vor allem mit dem Controller, weil der Aim-Assist echt schwach ist, auf dem Gegner drauf zu bleiben. Aber wenn man das lernt, dann macht man sich selbst zu einem extrem schwierigen Ziel für Gegner. Und man kann halt ultra geil, ja, movementen und so, ne. Das macht sehr viel Spaß. Das ist meine aktuelle Lieblingsklasse. Probiert die aus, ihr werdet merken, Zucker. Wirklich komplett Zucker, diese Klasse. Sehr, sehr geil. Ich kann euch meine Magnum-Klasse kurz zeigen. Das ist hier Mündungsbeschleuniger, dann das Reflexvisier, weil, warum nicht? Und schnell ziehen. Ja. So, dann machen wir weiter mit, hier steht zwar 490, ist aber eine MP7 drin. Das ist meine MP7-Klasse, komplett auf Movement gebaut. Also wirklich komplett. Ihr seid in dem Game viel schneller mit Pistolen, als mit irgendwelchen anderen Waffen in der Hand. Ne, also wirklich 10, 20% schneller gefühlt. Mit dieser MP7 seid ihr genauso schnell wie mit Pistolen. Das ist wirklich komplett Geistesgang. Auch hier ist der leichte Schall-Lamper wieder drauf. Bei Lauf habe ich leicht ausgewählt. Ihr bekommt 5% Movement Speed mit dazu. Das klingt nach sehr wenig. Bei Movement sind 5% aber wirklich extrem viel. Und ihr geht auch nochmal schneller ins Visier, was auch sehr gut ist. Ihr habt 10%, das verstehe ich noch nicht so ganz übrigens, 10% kurze Reichweite, 10% mittlere Reichweite. Können wir das hier an den detaillierten Stats noch irgendwie sehen? Ah, da steht es sogar links. Perfekt. Ey, wie krass ist das? Guckt euch das an. Ist... Ne. Das Einzige, was hier nicht stimmt, ist das Movement Speed. 1 Meter pro Sekunde ist definitiv mehr. Das ist noch verpackt, glaube ich. Ihr habt 19 Damage bis 15 Meter, was sehr geil ist. 17 Meter hättet ihr ohne den Lauf. Das heißt, 2 Meter weniger Range. 11 Schaden macht ihr bis 20 Meter. Also von 15 bis 20 Meter nicht mehr 22 Schaden. Äh, nicht mehr 22 Meter so rum wie davor. Das ist übertrieben geil, oder? Also diese detaillierten Stats und so ist es... Es ist einfach so gut. Jedenfalls leicht ist hier drauf. Dann der abgewinkelte Griff. Ihr verliert hier aber 5% an Movement Speed. Das ist Quatsch. Warte mal, warum habe ich denn den drauf? Das bringt ja überhaupt nichts. Warum habe ich denn hier den abge... Also das ist ja wirklich Quatsch. Am besten sogar hier wahrscheinlich den Vorderlauf weglassen. Und vielleicht, wenn euch das Visier nicht gefällt, ein Reflexvisier drauf machen. Die Visiere sind generell in-game alle so ein bisschen meh. Die offenen Visiere. Ohne irgendein Visier drauf zu machen aus der Klasse. Reflexvisier aber immer übersichtlich und geil. Hier habe ich das rasche Magazin drauf. Denn mit dem Teil könnt ihr dann richtig durchrasieren, ganz schnell nachladen und direkt wieder in den Gunfight gehen. Und mit ganz schnell nachladen meine ich wirklich also Bruchteil einer Sekunde. Das Magazin ist instant wieder drin. Und ihr könnt hier, was ich auch immer in COD geliebt habe, den Schaft auch wegmachen für nochmal 5% mehr Movement Speed. Und das ist halt wirklich extrem geil. Deshalb unbedingt diese MP7-Klasse auch mal ausprobieren. Die kracht. Hier habe ich die Vector mit drin. Vector hat die heftigste TTK auf Close Range. Bis 13 Meter macht ihr 20 Damage. Das habe ich geändert. Denn es gibt einen Lauf, der schwere Lauf, der macht 5% mehr Waffenschaden. Und bei der Fennec, bei der Vector macht das besonders viel Sinn. Denn ihr habt 100 Leben standardmäßig. Mit 19 Damage macht ihr 19 Schaden pro Schuss. Und das geht eben auf 6 Bullets pro Kill auf. Weil 6 mal 19 dann, was ist es, 94 Schaden glaube ich ergibt. Müsste das 94 Schaden? Äh, nee, nee, nee. 5 mal 19 ergibt 95 Schaden. So rum, genau. Und dann fehlt euch ja noch 5 Schaden an den Gegner, um den zu töten. Und mit diesem Lauf habt ihr einen Damage-Punkt mehr. Und so ergeben 5 Schüsse bis 13 Meter eben genau 100 Leben. Und so könnt ihr eine Kugel weniger brauchen. Das ist sehr geil. Allerdings verliert ihr hier auch ein Feuerrat ein bisschen. Aber das Magazin ist eh so schnell leergeschossen. Das merkt man kaum, diese weniger Feuerrate. Leichter Schalldämpfer, schwerer Lauf, super leichter Vorderlauf. Das ist eigentlich, ich glaube, das ist eigentlich der Aussatz, den ich auf der MP7 spielen wollte. Das könnte man auch machen. Also wenn ihr bei der MP7 noch mehr Movement Speed haben wollt, macht ihr doch den super leicht drauf. Gut. Das rasche Magazin. Damit habt ihr dann 30 Schuss, sehr schnell leergeschossen. Allerdings lädt das erweiterte Magazin mit 40 Schuss sehr langsam nach, was mir nicht gefällt. Deshalb das rasche Magazin. Und dann auch hier den Schaft entfernt für nochmal mehr Movement Speed. Das ist meine Vektor-Klasse. Wir machen weiter mit der P90, habe ich ja auch gesagt. Das ist eigentlich mein Lieblings-SMG. Perfekte Allrounder-SMG. Ich kenne die detaillierten Werte hier nicht. Ja, und das habe ich mir schon fast gedacht. Guckt euch diese Range an. 18 Meter für eine SMG. Damage Range ist schon wirklich sehr, sehr gut. Und damit macht ihr auch 19 Schaden. Ihr habt echt nicht viel Rückstoß. Das heißt, das geht auf jeden Fall ab. Leichter Schaltdämpfer mal wieder. Schwerer Lauf. Rasches Magazin fürs schnelle Nachladen. Schnell Ziehengriff, um schneller ins Visier zu kommen. Auch mit der. Und der gepolsterte Schaft für weniger Rückstoß und sowas. Also das schmeckt auf jeden Fall auch sehr gut. Und die anderen Aufsätze hier machen nicht das, was ich bei der P90 haben möchte. Auch gerne nachbauen. Und generell baut euch am besten, wenn bei euch Klassen speichern, einfach hier die ganzen Klassen mal nach und benennt die auch unbedingt. Ich glaube, das hilft, damit die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass die Klassen beim Spielen dann nicht wieder zurückgesetzt werden. Weil das ist echt ein bekannter Bug. Als nächstes haben wir die ACR 6.8. Auch hier spiele ich den schweren Lauf. Hier habt ihr 33 Meter effektive Schadensreichweite. Eine Feuerrate von 585 Rounds per Minute, was sehr einfach zu kontrollieren ist. Die beste Allrounder-Waffe. Sage ich wie es ist. Also die wird jeder spielen können. Da wird jeder den Rückstoß auch irgendwie kontrollieren können. Leichter Schallimpfer. Schwerer Lauf. Reflexvisier. Ich habe hier das leichte Magazin mit dabei, was ein bisschen schneller nachlädt. Und ihr habt auch mehr Magazine mit dabei. Also mehr Auswechselmagazin, was auch sehr gut ist. Vor allem, wenn man so auf dem Range bleibt. Ihr könnt nämlich nur Munition dazu bekommen, wenn ihr über die gleiche Waffe lauft, die ihr gerade spielt. Also ihr tötet einen Gegner, der auch eine ACR hat. Dann lauft ihr über seine Leiche und dann sammelt ihr die Munition von der ACR auf. Das funktioniert nicht, wenn der eine M4 hat, wie beispielsweise Warzone, dass er dann Stromgewehrmunition droppt. Sondern es ist halt wirklich die gleiche Waffe. Nur so funktioniert das. Der leichte Schaft, den habe ich hier noch mit drauf. Einfach wie bei der AK für ein bisschen mehr Gegenschwindigkeit beim Zielen. Ja, das ist meine ACR-Klasse. Auch die macht extrem viel Spaß. Und ich sage es euch, wie es ist. Diese 5 Klassen, 4 Klassen, 5 Klassen, die ich bisher gezeigt habe. AK, ACR, P90, Vektor und MP7. Ich bin so durcheinander gekommen gerade. Die machen hammer viel Spaß. Also wirklich richtig, richtig geil. Ich habe auch noch eine Sniper-Klasse. Snipen ist sehr, sehr weird in dem Game. Es ist oft One-Shot. Aber wenn ihr die Schulter trefft beispielsweise, tötet ihr nicht mit einem Schuss. Langsam im Visier. Stimmt nicht. Aber die Sprint-to-Fire-Time ist ultra, ultra slow. Also nach dem Sprinten könnt ihr nicht direkt schießen. Ich komme nicht so gut zurecht, sage ich euch, wie es ist mit dem Snipen. Aber das ist meine Sniper-Klasse, wer es probieren möchte. Leichter Schallimpfer, leichter Lauf für schneller ins Visier kommen. Dann hier dieses CQBSS-Visier. Das ist ein bisschen weniger Zoom als das Standard mal 12 und hat ein cleanes Visier. Schnelles Magazin. Ihr könnt aber auch das Erweiterte spielen, wie ihr wollt. Schnellziehen Griff, um nochmal 10% schneller ins Visier zu kommen. Und ja, das sind so die Aufsätze. Natürlich könntet ihr hier beispielsweise noch... Ah ne, Moment. Ah, es sind schon 5 Aufsätze. Ja, das ist auf jeden Fall meine Sniper-Klasse. Und jetzt müssen wir gerade mal zusammen noch eine M16 bauen tatsächlich. Weil ich habe die scheinbar wieder gelöscht, die M16-Klasse. Das war ziemlich dämlich von mir. Ich spiele ziemlich sicher hier den stabilisierenden Lauf. Genau. Ich habe die nämlich komplett auf Rückstoß gebaut. Hier habe ich... Welchen Griff habe ich hier gespielt? Ich glaube, horizontale Rückstoßkontrolle, den abgewinkelten Griff. Dann das Reflex- oder Holovisier. Je nachdem, wie ihr da Bock drauf habt. Ich habe das Ruscha Magazin mitgenommen. Und ich habe ziemlich sicher noch einen Präzisionsschaft. Genau. Den Präzisionsschaft noch drauf gemacht. Weil bei Burst-Waffen finde ich es sehr wichtig, dass sie wenig Rückstoß haben. Es ist nämlich schon nicht so einfach, in dem Game auf Range zu aimen. Dann ist es mit der M16 auch nicht einfach, das Timing von den Bursts immer perfekt zu treffen. Manchmal steht ihr vor einem Gegner und ihr drückt und es kommt kein Burst raus. Weil ihr könnt noch nicht den nächsten Burst rausschießen. Und ja, deshalb will ich da nicht noch irgendwie Rückstoßversuchen auszugleichen. Deshalb voll auf Rückstoßkontrolle gebaut, das Teil. Bockt auf jeden Fall auch. Muss man aber erstmal länger mit zurechtkommen. Das sind so meiner Meinung nach aktuell die besten Klassen, mit denen man wirklich Spaß haben kann. Also macht euch die einmal, speichert euch die ab. Beziehungsweise macht euch genügend Klassen. Es gibt ja 10 Stück. Und dann werdet ihr sicherlich ziemlich viel Spaß haben. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, wenn ihr mehr sehen wollt zu X-Defined, lasst gerne ein kostenloses Abo auch da. Wir sind auf dem Weg zu den 200.000 Abonnenten. Deshalb würde ich mich sehr darüber freuen, über euren Support. Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten oder im nächsten Livestream. Haut rein. Ciao, ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.